Ja hallo ihr Lieben, das ist Sam Schemeyer, Coach, Bartherapeut, Psychologe und vieles mehr. Hamburg, Berlin, Internet von Murnau und das ist mein Blog rund um viele Themen und genau, heute mal ein bisschen persönlicheres Thema, Frage lese ich vielleicht vor, es gibt bis morgen Abend, habt ihr auch so Allergie gerade oder es ist das ganze Koks, Spaß haben früher Leute immer gesagt, Koks so eigentlich, weil ich immer so viel Allergien habe, aber egal, anderes Thema. Ähm, genau, bis morgen noch den Code 12ferien, schreibe ich auch nochmal drunter, ähm, für 12 Euro Code ist das bis morgen Abend, sehr gut um die Kursbibliothek zu vervollständigen und natürlich vor allen Dingen um den neuen Glaubenssätze Kurs, haben schon ganz viele zum Frühbucherpreis. Selbstliebe-Challenge geht wieder los, Manifestations-Challenge geht wieder los, ähm, und so weiter. Und es gibt noch so ein 3-Stunden-Sommer-Paket, 3 Sessions bei mir, genau. Ja, äh, also die Frage, die da mal kam, war, hey Christian, könntest du mal ein Video machen über dein YouTube-Dasein, wie alles kam, ob du davon leben kannst, was deine Ziele sind? Würde mich total interessieren. In der Vergangenheit hast du ja auch erwähnt, dass du die geschäftliche Coaching-Ebene auch ganz interessant findest, vielleicht lässt sich das ja mit diesem Thema kombinieren. Ja, gute Fragen. Äh, genau, da wollte ich mal, hatte ich auch mal Lust, so ein bisschen was, äh, zuzumachen. Ähm, also, auch vielleicht interessiert dich das ja auch, auch, äh, von Online-Business mal zu starten, mit welchem Thema auch immer. Also, es ist, ähm, mühsamer, als viele, glaube ich, denken, so. Und, äh, ja, man kann natürlich von YouTube alleine, kann man nicht leben, so. Ähm, ich hab jetzt, äh, was eigentlich relativ viel ist, so für meine Abonnentenzahl. Hab ich, ähm, was soll ich mal so ein bisschen dunkler machen, ähm, hab ich jetzt so, ich glaube, bummelig 200.000 bis 250.000 Aufrufe jeden Monat. Und, ähm, also von den, äh, Werbeeinnahmen, die das macht, kann man nicht leben, so. Äh, ich schalte ja auch relativ wenig Werbung, also ich, ist ja nur vor dem Video, ich schalte ja nicht innerhalb des Videos, es ist Werbung. Ich weiß nicht, wie es wäre, wenn ich das, äh, machen würde. Ich freue mich übrigens auch immer über Kanalmitgliedschaften natürlich. Äh, jetzt gucke ich gerade noch mal. Äh, ja, 220.000, so mal, waren auch schon mal 280, also das schwankt immer so ein, ist auch sehr Jahreszeitabhängig. Und da, also könnte ich, vielleicht gibt's irgendeinen Houdini, der davon leben könnte, aber, äh, könnte ich jetzt nicht, äh, von leben. Das sind's, ähm, ja, ist ganz nices, ähm, Taschengeld, was da, also, also, aber was man sowieso wieder an tausend anderen Stellen ausgibt, sag ich mal. Aber klar, das addiert sich alles zusammen, also wenn du auf, äh, Content Creator irgendwie, ähm, überleben willst und nicht irgendwie so einen Millionenkanal hast, die können natürlich auch von Werbeeinnahmen leben, beziehungsweise haben ja auch Product Placements, das spielt auch eine Riesenrolle. Ähm, dann brauchst du irgendeinen, ja, das heißt brauchst, ich will ja auch mein Produkt verkaufen, ne, meine, äh, mein Wissen, meine Kurse, meine Ausbildung, die auch wieder, auch wieder losgeht, äh, demnächst packe ich auch nochmal drunter. Äh, das wäre ja der Hauptgrund, ne, ich will ja meine Produkte eben nicht nur an ein paar Leute bringen, die mal zu welchen meiner Praxis kommen, sondern eben, äh, weiter verbreiten. Und ohne ein Produkt ist es auch, denke ich, schwierig, so richtig voll einzusteigen, weil man kann in so einen Social Media, du kannst da nicht so halb einsteigen, ne, also, äh, wenn du da am Ball bleiben willst, muss man ja auch konsequent immer wieder Content bringen und das ist tatsächlich, ja, meine Haupttätigkeit ist Content produzieren, guten Content produzieren. Und, ob das jetzt Videos sind, äh, Kursmaterialien, äh, Bücher, whatever. Und, ähm, damit bringe ich einen großen Teil meiner Woche mit zu, ne, dass ich halt, also, wenn ich jetzt zum Beispiel mal drei, vier Videos am Stück produziere, habe mich eigentlich den ganzen Tag mit beschäftigt, ne, dann erst mal gucken, was für ein Thema, dann schneiden, dann verschneidet man sich ja auch, teilweise, wisst ihr ja, kennt ihr auch, ähm, keine Ahnung, da muss man es hochladen, dann müssen da Tags verteckt werden, dann, äh, noch Sachen hochladen, da, in meinen Podcast und, also, das dauert ewig, dauert viel länger, als man denkt, glaube ich. Und, wenn man jetzt noch ein Video hat, wo man so richtig viel schneidet, dann kann man auch mal in einem Tag, in einem Video den ganzen Tag sitzen, also. Und, äh, du kannst dann eigentlich nicht noch nebenher 30 Sessions machen in der Woche, wie es viele Kollegen machen und, äh, das ist einfach nicht möglich, ne. Also, da muss man sich überlegen, macht man jetzt ganz normal, ganz normale Praxis mit, mit Sessions, Sitzungen, was auch immer, äh, ganz traditional oder macht man was anderes und dann, das kann man aber ganz schlecht mischen, ne. Das ist, ja, ist, glaube ich immer sicher, dass man trotzdem, äh, wichtig, nicht sicher, ist wichtig, dass man trotzdem weiter Sessions macht, auch, das mache ich ja auch, ähm, weil, ja, sonst kommt man auch, weiß ich nicht, muss immer so in Kontakt bleiben, denke ich, mit dieser 1 zu 1 Arbeit, dass man da auch so ein bisschen geerdet bleibt, was sind gerade so Themen im Kollektiv, sag ich mal, in der Community und, aber trotzdem, es braucht einfach einen riesigen Teil des Tages und ihr habt einfach überhaupt, ich will da auch gar nicht ins Detail gehen, überhaupt keine Vorstellung, wie viel administrative Arbeiten es drumrum gibt. Das ist Wahnsinn, das macht ja jetzt viel, die Aline, also die ganzen E-Mails, also allein so diese Merchbeutel, ähm, die ist ja auch, äh, konnt ihr auch noch, ähm, bestellen, einen Einspruch gibt's schon fast nicht mehr, äh, diesen Merchbottel zum Beispiel, die müssen, da müssen die, muss man erst mal jemanden finden, der es macht, dann wo wird's gemacht, äh, ist das irgendwie organisch, äh, was für ein, was kostet das, wie, wie kriegen, was für Motive, welche Sprüche, äh, wann kommen die an, wie, wie, äh, auf welcher Weise verkaufen wir die, wie wird das, äh, 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 ausgeliefert, was, äh, wie kriegt man das am günstigsten verschickt, äh, das, das dauert alles super lang, ne, und, äh, das ist jetzt nur ein Beispiel, aber dann gibt's, gibt auch so allgemein administrative Tätigkeiten rund um LiebeChip, die, äh, ja, die nehmen auch einen großen Prozentsatz, äh, meiner Arbeit ein, weil je mehr man so in der Öffentlichkeit steht, sag ich mal, auch wenn's jetzt so eine relative Öffentlichkeit ist, die ich's natürlich, hab, äh, fällt ständig irgendwas an, ständig, 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 äh, so, ich hatte jetzt mal einen Monat, wo ich jetzt nicht viel mit meinem Anwalt oder so zu tun hatte, das ist, äh, äh, ja, das ist immer, muss man wieder irgendwas nachgucken, irgendwas anpassen, äh, irgendwas, äh, was weiß ich, dann gibt's irgendwas mit Marken, wo man sich drum kümmern muss, vielleicht irgendwelchen Konflikten, also, es ist Wahnsinn, und, ähm, ja, deswegen kann ich auch verstehen, dass Leute, die jetzt noch einen Tacken größer sind, dass die ein richtiges Team haben, weil du brauchst eigentlich, für diese ganzen Sachen, brauchst du eigentlich immer jemanden, der sich da hauptsächlich drum kümmert, aber, genau, und dann, äh, hab ich ja noch, äh, Buch, da hab ich auch relativ zackigen, also das Neue, was jetzt beim, bei Arcana erscheinen wird, nächstes Frühjahr, ja, das muss ich ganz schön flott schreiben jetzt, und, ja, da muss ich auch jeden Tag ein paar Seiten schreiben, und, ähm, und dann, also das macht auch locker 20, 30 Prozent aus, meines Tages, und dann, äh, eben Soulmatching, ne, auch Soulmatching, klar, das geht jetzt übrigens, äh, los, Anfang August, wenn ihr euch unbedingt haben für die Newsletter, dann kommt ihr vielleicht noch rein in diese kostenlose Startphase, wo ihr alles ausprobieren könnt, Versuchskaninchen seid, ähm, also, das ist so eine Dating-App zu gründen, das ist der Wahnsinn, macht es mir vor im Leben, es ist der Wahnsinn, also wir haben wirklich, äh, jeden fucking Tag fast haben wir ein Meeting nach dem anderen, ein Meeting nach dem anderen, es ist ein Wahnsinn, und das natürlich auch, man macht das, ja, auch ohne, dass jetzt zu diesem Zeitpunkt jetzt, äh, irgendwelche Umsätze entstehen, dass man da irgendwie, äh, Geld wieder reinkriegt, ähm, weiß ja, also, ich bin überzeugt, dass das cool wird, aber natürlich ist das, ne, ja, unternehmerisches Risiko irgendwie, ne, müssen da Gesellschaften gegründet werden, und es ist irre, und also momentan habe ich wirklich total vollen Arbeitstag, also, äh, es ist auch manchmal so ein Märchen, so vom passiven Einkommen, was ja viele, äh, immer sagen auf, auf Social Media, ich bezweifle, dass es das gibt, ehrlich gesagt, also, macht sein, dass es irgendwelche absoluten, äh, Überflieger gibt, die jetzt ein Produkt raushauen, und da können sie dann, äh, was weiß ich, so ein One-Hit, äh, Wonder, irgendein Nummer-Eins-Hit, und können da ja jahrzehntelang von leben, es macht's geben, so, ich denke mal, das ist absolute Ausnahme, also, ich hatte mal eine Zeit vor zwei, drei Jahren, da war es deutlich ruhiger, aber das ist halt auch mal so ein Problem, dann, äh, wer jetzt lange meinen Kanal verfolgt, ich meine, ich habe das ja mit einer als der ersten, hier, vielleicht sogar der erste, weiß ich was, in Deutschland vorgestellt mit toxischen Beziehungen, und es ist halt immer so, das habe ich auch nicht das erste Mal in meinem Leben, dass ich das erlebe, sobald du mit irgendwas Erfolg hast, springen da X Leute drauf, und, äh, muss man natürlich trotzdem versuchen, sichtbar zu bleiben, das ein bisschen zu verteidigen, und, äh, ja, aber gut, ich will jetzt nicht jammern, das ist halt so, wie es ist, in einer kapitalistischen Marktwirtschaft, ne, das geht großen Konzernen auch so, und, ähm, ja, also ich hatte schon mal so ein Produkt, iRally, das habe ich auch noch, aber, das ist halt so ein Teambuilding-Produkt, war ich auch einer der ersten, und irgendwann ist man halt nicht mehr einer, der, pff, so ein ganz innovatives, ja, Teambuilding-Produkt vielleicht auch gar nicht, das interessiert wahrscheinlich nur am Rande hier, aber, ähm, ja, wenn es ein cooles Produkt ist, machen das andere auch, und es ist nicht so, dass man das so easy, ich will jetzt nicht in die Tiefen des Patentrechts einsteigen, aber es ist nicht so, dass man das so easy schützen kann, sowas, in aller Regel, so, vor allen Dingen, wenn man so ein kleiner Selbstständiger ist, so, ne, ähm, ja, also insofern, äh, ist man an seinem ständigen Druck, der auch irgendwo ist, ist trotzdem natürlich ein supercooler Job, wenn man so seine Missionen machen kann, sag ich mal, aber, äh, ja, also, erst bin ich ein bisschen abgeschweift oder abgeschwiffen, wie sagt man, abgeschwurft, äh, also, ja, wie gesagt, jetzt redet ja jeder über toxische Beziehungen, und, ob er jetzt, egal ob er jetzt eine Ausbildung hat oder nicht, oder ob er das, äh, was mich immer tendenziell ein bisschen aufregt, aber, äh, sei es wie es sei, irgendwie, ähm, ist natürlich, trotzdem kann keiner deine Energie kopieren, und, ja, nach wie vor kommen viele Leute zu Liebeschipp und, ähm, profitieren sehr halt von Mundpropaganda, ich hoffe, ihr quatscht da auch viel drüber bei die Kurse, die Videos und alles, ähm, aber ja, das ist ständiges, ähm, muss man am Ball bleiben und so ein Buch mal eben raushauen, ähm, ähm, gerade bei so einem neuen Verlag, und das wird echt, das ist auch ein Buch, wie ich es bisher noch nicht geschrieben habe, das ist echt, ähm, ganz andere Liga, sag ich jetzt mal, und, da entstehen schon eine Menge, ähm, Ängste auch so, ne, also, das ist schon sehr herausfordernd, also, ich hätte mir nie träumen lassen, dass es überhaupt mit YouTube so, sich so entwickelt, was, also, im positiven Sinn, hätte aber mir auch nie träumen lassen, wie krass das ist, was man da so, was für ein dickes, was für ein verdammt dickes Film man sich zulegen muss, äh, ja, also, insofern, äh, ich arbeite sieben Tage die Woche, ich arbeite jetzt nicht unbedingt acht Stunden, weil das geht gar nicht, wenn man sich so, also, also nicht acht Stunden so klassisch, weil ich muss mich einfach mal hinsetzen und aufs Gras staunen, in den Himmel, in den Himmel, äh, schauen und man muss ja irgendwo mal Inspirationen kriegen und, und Sachen durchdenken und, äh, aber es ist, ja, also, wenn man das mal alles zusammenrechnen würde, ich glaube nicht, dass ich da mal in einer 40 Stunden Woche hinkomme, so, also, es ist schon hart erarbeitet alles und, ähm, ja, ja, aber, Gott, wir leben ja auch in mühsamen Zeiten, also, ich denke, es ist für viele, jetzt gerade noch mit der Pandemie, ist es bestimmt vieles total mühsam, das kommt ja auch noch dazu, dass dann diese ganzen Themen mal in einen ziehen, dass sich, äh, viele Strukturen auflösen, Freundschaften auflösen, äh, das kennt ihr ja alles, habe ich auch und, ähm, ja, das ist, kostet echt Nerven alles so, ne, und, kommt ja noch obendrein, aber, ja, also, ich bin wirklich den ganzen, den ganzen Tag in der Regel beschäftigt, da muss man sich mal irgendwo, äh, weiß nicht, so eine Art Supervision nehmen, äh, sich da mal updaten, äh, äh, wie gesagt, ich connecte mich auch oft dann mit Coaches in anderen Ländern und, äh, guck da, was gibt es da so für neue Entwicklungen und, ja, es ist wirklich, ähm, krasse Geschichte, aber genau, die Frage war ja noch, wo, was sind meine Ziele, ähm, also, ich würde das gerne mal wieder verknüpfen mit dem Geschäft, das ist eigentlich eine gute Frage, aber ich, habe ich lange nicht mal drüber nachgedacht, weil einfach dieses Teambuilding, was ich ja auch mal, so ein Geschäftszweig war von mir, ähm, ja, ist jetzt durch die Pandemie natürlich ziemlich auf Null, habe ich jetzt auch, und es gibt da noch mal eine Website, ähm, als Datal Coaching, aber habe ich mich jetzt auch, ja, nicht mehr, äh, so viel dran gearbeitet, und, aber wenn ihr zufällig eine Firma zuhört, könnt ihr natürlich, kommt gerne zu allsatalcoaching.de, aber, äh, that being said, ähm, ja, natürlich gibt es viel toxiker in Unternehmen und vielleicht entwickelt sich das mal, oder hört jemand zu, den das interessiert, wie man eine Lust hätte, das mit zu verknüpfen oder an seiner Firma sich mal angucken wollen würde, äh, klar, also, wäre ein interessantes Feld, ich finde auch diese, Speaker-Szene ganz interessant, aber auch das ist sicherlich in der Pandemie jetzt eine blöde Zeit gewesen für sowas, aber meine Ziele sind schon noch, ähm, ja, also ich hätte schon, mein Ziel war auf jeden Fall, dass es alles mal wieder ein bisschen ruhiger und smoother läuft, und, äh, mein Ziel wäre definitiv, deswegen habe ich das auch gemacht, mit, äh, Soul-Matching und mit, mit den Büchern, also einfach, dass man, ja, sich so ein bisschen breiter aufstellt, weil das immer schwierig, wenn man so auf eine Sache so fixiert ist, ähm, gibt es immer so Ups und Downs, und aus welchen Gründen auch immer teilweise gesagt, ist es einfach jahreszeitlich und, ähm, keine Ahnung, aber, würde mir, glaube ich, ein ruhiges Gefühl geben, bin ich auch nicht mehr 28, und das ist für mich ein Ziel, und, ja, ich würde einfach, wie ich das jetzt ja auch schon, mache mit, äh, Steffi Stahl, was super viel Spaß macht, mich einfach, äh, mehr connecten, auch mit, Berufskollegen, mit denen, äh, Content produzieren, also mit Steffi Stahl, haben wir ja das Insta, äh, jetzt, ihr müsst, sollt, muss unbedingt kommen, Insta Live, ähm, Donnerstag um 18 Uhr, auf ihrem Kanal, Stefanie Stahl, ähm, das würde ich gerne mehr machen, und gucken, vor allen Dingen mit ihr jetzt erstmal, und aber auch, weiß nicht, was sich sonst noch so, ergibt vielleicht, einfach, äh, weil man da einfach, klar, wenn man so zusammenarbeitet, kann man natürlich nochmal ganz andere Dinger, wuppen, und mit, mit ihr verstehe ich mich einfach, Bombe, das klappt richtig, richtig gut, und, äh, genau, also das wäre sicherlich ein Wunsch, einfach nochmal, zu gucken, wie, wie kann man da, das weiter ausbauen, und dann hatte ich ja auch mal die Idee, das ist aber auch in der Pandemie verschwunden, äh, hatte ich mal überlegt, weil ich mag auch so dieses, wie soll ich mal sagen, dieses komische, irgendwie, ob ich mal, irgendwie so ein, weiß ich nicht, lustiges, Liebeschip, Bühnenprogramm, äh, mal produziere, aber gut, jetzt, solange man da nicht mal weiß, ob man überhaupt irgendwie, eine Halle besetzen kann, äh, ist das, glaube ich, äh, und ich hatte das auch noch nicht, keinserweise zu Ende durchdacht, ob das eine gute Idee ist, oder nicht, äh, könnt ihr auch gerne mal kommentieren, aber, ja, es ist einfach zu viel, und man muss immer überlegen, welches, also welchen Geschäftsbereich setze ich da jetzt, jetzt momentan ist es halt, das, was ich jetzt mache, aber, ja, mal gucken, was ich, also auf jeden Fall, habe ich noch viele, also will ich das Ding noch richtig rocken, hier so, äh, in diesem Leben, und auf eine Weise auch, dass ich mal wieder ein bisschen mehr, Freizeit habe, und ein bisschen mehr Luft habe, also das ist definitiv mein Ziel und meinen Frieden habe, also das muss ich wirklich sagen, so, äh, Freizeit, Frieden haben, äh, weiß ich nicht, schöne Freundschaften haben, gute Beziehungen haben, was ich habe, äh, zum Glück, das sind meine Hauptziele, ne, also man sieht ja auch, man relativiert ja auch vieles, wenn man ein bisschen älter wird, und sieht vieles auch, was man vielleicht früher mal wahnsinnig wichtig gefunden hat, ist vielleicht doch nicht so wichtig, und, ja, mir ist halt einfach wichtig immer, dass es authentisch bleibt bei mir hier, dass ich, äh, wirklich jeden Tag in den Spiegel gucken kann, kann sagen, ey, das sind super Produkte, die ich hier, hab, und die, ja, verkaufe ich auf eine ethisch korrekte Weise, das ist mir einfach wahnsinnig wichtig, ich will das auch, so gut es geht, das klappt, bestimmt vielleicht auch nicht immer hundertprozentig, aber so gut es geht, auch Leben, was ich hier, äh, predige, sozusagen, also das ist mir wahnsinnig wichtig, ich, mich richte das immer so auf, wenn das so scheinbar zumindest bei dem einen oder anderen komplett auseinanderfällt, also das möchte ich auf gar keinen Fall, egal ob man das jetzt mitkriegt oder nicht mitkriegt, also mir ist halt, dieser Vibe ist mir halt total wichtig. Gut, genug geredet, in diesem Sinne, wir werden uns bald wiedersehen. Wir sehen uns bald wiedersehen. Dann wir mal. Wir sehen uns bald wiedersehen. corridas. Wir sehen uns bald wiedersehen. Vielen Dank.